Und herzlich willkommen zu meinem Video von meinem Kanal, mein Name ist Kieler und Aka Kielkran. Heute ist es schon in tausend Milliarden Jahre her, dass ich das gesagt hab. Leute, hands down, kennt mich noch jemand von meinen jetzigen Abonnenten? Ich glaube nicht. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, Leute, denn ich bin der, der früher ein Call of Duty immer so richtig viel behinderte Kacke von sich gegeben hat, der immer so viel zu schnell geredet hat, so wie ich jetzt gerade das tue. Ist das überhaupt richtiges Deutsch? Ich hab absolut keine Ahnung. Aber alle Fragen, wo ich bin, was ich mache, wo ich grad studiere, in welchem Land ich wohne, bla bla bla, beantwortet ihr natürlich in dem nächsten Video, denn ihr habt recht, ich gehört, Leute, für die, die noch YouTube gucken, ich bin wieder back. Das soll jetzt nicht so eine epische Ankündigung sein, weil ich bin wahrscheinlich eh richtig tot auf YouTube, was Reichweite angeht. Ich weiß nicht, ob das hier jemanden sieht, aber Fragen wie, wo ich bin und bla bla bla, hab ich schon alles in meinem Stream beantwortet, denn ich streame auch richtig regelmäßig gerade, weil ich bin Student und hab auch richtig viel Freizeit und hätte ich das Hobby zocken, nicht, würde ich nämlich eingehen. Ich streame übrigens auch mit Facecam, wie ihr auch gleich im Video sehen werdet. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, dann beantworte ich jetzt schon mal alle Fragen, ansonsten kommen auch noch Videos dazu, wo ich bin, was ich mach und so weiter und so fort. Natürlich hab ich jetzt alles mit meinem wunderschönen Gesicht. Drei Jahre hab ich gebraucht, um mir eine Facecam zu holen. Jetzt hab ich eine. Und im Anschluss seht ihr jetzt ein paar Livestream-Ausschnitte. Kein Wunder, ich rede nicht ganz so viel, weil es ja Livestream-Ausschnitte sind, aber demnächst kommen auch wieder Live-Gameplays, bla 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 und so weiter. Ach du heilige Scheiße. Allerdings in Battlefield 5. Alles dazu kommt noch später. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt. Ich hab jetzt genug gelabert. Wie gesagt, schau doch mal im Stream so weiter, beantworte ich alle Fragen. Ich streame fast jeden Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out, motherfullers. Oh. Wenn ihr irgendwann wieder ein YouTube-Video macht, dann kommt das bitte rein. Mit meinem wunderschönen Gesicht. EMPIC MOMENTS Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Packwagen, was? Seit wann hab ich ein Packwagen? Kann man den rufen oder was? Ich würd den einfach so zwischen D und C machen. Also zwischen D oder auf D raubt oder so. Okay, bist du bereit? Ich hab jetzt 37 für jetzt. Ich hab einen gemacht. Haben wir das Ding eigentlich schon lokasiert? Ehrlich gesagt auch keine Ahnung was sein kann. Aber ich schieß einfach mal hier rein. Noll. Wo ist ein Magazin? Warte, ich hab's aufgenommen. In Battlefield 5 laufen nur richtige Pops rum. Oh, guck mal hier, Fortnite. Alter, das nächste Building-Deal gewinne ich. War das ein Collateral? Ne, oder? Boah. Mein Gott, sind die Kacke. Von wegen kein Aim, ich glaub es hackt! Oh ja, oh komm schnell, oh mein Gott. Ahaha, komm schnell! Es kommt bei mir! Naja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, bleib mal in der Nähe, du musst mich gleich gleich wieder belegen. Jaja, ich bin hinter dich. Ne, jetzt brauch ich noch einen. Hab ihn! Aha! Tierrunde, Söhne! Ach du heilige Scheiße! Puh! Ich hab's geschafft Puschel! Bist du stolz auf mich? Hm. Meine Freundin ist richtig stolz auf mich. Wir werden da so richtig unmögliche Aufstrecke senden. Aber ja, ich versuche jetzt auch aus dem Camp rauszukommen. Ja, das war glaub ich der, der friedlichsten Kill den ich hier gemacht hab in Battlefield. Für die Mission. Krieger. Wacht, 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 wacht. Knifen? Nö, ich hab's sowieso nicht. Jawoll. Oh, ich bin... Ich hab von... Ich hab von so einer Aufklärer-Claimer-Scheiße getötet. Die er hinter sich gestellt hat, damit man ihn nicht knifen kann. Ich hab's nicht gemen. Ich hab's nicht gemen. Also, viele werden es nicht gemetero. Ich hab die H&M-Könne machen, aufzs эmmerzieren. Wir ändern uns das hier. Ich hab's gewonnen. これ los, wir machen uns... Wir machen uns das hier. 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 Wir machen uns. Wir machen uns das hier und das hier.